Hallo und willkommen bei Lika. Heute probiere ich das erste Mal einen Slime. Und vielleicht würde das schief gehen, ich probiere es. Aber wirklich, ich habe den Slime noch nie gemacht. Es würde mich freuen, wenn ihr das ganze Video anschaut und auch Spaß daran habt und ihn auch nachmachen könnt. Und jetzt zeige ich euch mal die Zutaten. Zutaten. Also, Schüssel, Löffel. Ist geklappt, aber sonst können wir nicht umrühren. Dann, Rasierschaum. Ich nehme so ein Beauty-Kissman-Rasierschaum. Und wir brauchen Kontaktlinsen-Flüssigkeit. Und Kleber. Ich habe davon eine Menge. Das hat mein Papa für mich gekauft. Okay. Ich habe hier die Reihenfolge aufgeschrieben. Da steht als erstes Kleber, dann Rasierschaum und dann die Kontaktlinsen-Flüssigkeit. Wenn ihr noch irgendeine Farbe reingeben wollt oder Glitzer. Ich glaube, ihr könnt das irgendwann mal reingeben. Aber ich glaube, Farbe kommt dann, wer da noch als zweites. Ich bin jetzt aber keine Farbe. Also, beginnen wir mal. Da steht ja Kleber. Okay, als erstes geben wir mal den Leber rein. Jetzt kommt der Rasierschaum. Ich hoffe, dieses Lärm funktioniert. Der Deckel wieder drauf. Dann ordentlich umrühren. Vielleicht habe ich auch zu wenig Kleber. Ich weiß nichts, ob das... Ich glaube ja nicht, dass das passiert. Aber ich räume mal um. Ich gebe doch noch lieber einen Kleber dazu. Ich glaube aber, ich nehme trotzdem noch Natron dazu. Das ist kein richtiges Slime. Aber rühren wir noch ein bisschen. Ich habe Hoffnung. Es wurde noch nie ein Slime von mir. Ich lese ein Slime. Ich hole ganz kurz Natron. Ist das okay? Bin gleich wieder da. Ähm, nein. Kartoffeln. Kartoffelstärke. Oder eine Stärke. Ja. Habe ich ein bisschen was in die Schüssel gegeben? Das wird jetzt echt ein Experiment. Halt nimmt schon mehr Form an. Alles gesagt. Und bei mir scheint es eher zu funktionieren. Ja, die Kontaktlinsenflüssigkeit kommt erst zum Schluss dazu. Ich glaube, das wird eher nichts, aber... Vielleicht hat es schon. Naja. Ich glaube eher, dass das nichts wird. Aber Hoffnung gilt. Geben wir den Rest auch noch ein. Also einfach, ich habe nur den Rest reingegeben. Scheint ja nicht zu funktionieren. Wie bei allen Slimes. Ist ja immer so. Kann man erst nicht. Bei mir funktionieren die Slimes. Ich habe ja genutzt, dass es gegen Slimes. Aber eigentlich sollte das... gut funktionieren. Glaube ich. Jetzt probiere ich nur nachher rum. Jetzt gebe ich mal die Kontaktlinsenflüssigkeit dazu. Dann wird mir den Tisch ausschauen. Dann wird mir den Tisch ausschauen. Aber... Ich glaube, das würde nichts. Mein einziger Versuch. Noch. Leber. Du könntest mich noch retten. Tut mir leid, liebe Leute. Dieser Slime hat nicht funktioniert. Ich habe ihr genutzt, dass es gegen Slimes. Wenn ihr Slime-Rezepte habt und ihr wollt, dass ich die ausprobiere, schickt sie mir bitte. Also... Wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Ach. Ein Versuch, was mehr hat. Also, bitte. Wenn ihr Slime-Rezepte habt, die bitte probiert und mir dann schicken würdet, dann würde ich mich freuen. Ich würde es gerne für euch probieren. Ich werde noch ein bisschen weiter probieren und im nächsten Video werde ich euch erzählen, wie es gelaufen ist. Okay. Bye, bye. Tschüss.